Ah ja! Wunderbarer Anschluss! So wird man aus dem Buch! Also das ist ja wirklich absolut nicht zu erwarten gewesen, dass es wirklich Performance auf der höchsten Idee beginnend mit der sehr portrullierten arabischen Schrift aufgenommen von der ganz kursiv ausgeprägten Schrift von Wang Dong Ling, der auf diesen, im Unterricht habe ich immer schöne Pointe, ne, in diesem Strich eingreift mit seinem Schriftzeichen für das Wort Buch und das ist natürlich der krönende Abschluss, der Wunderraum, von dem chinesischen Schriftzeichen, die sich vorn aus der nationalischen Buchschabe für B, für Buch, direkt aufzugreifen und in deutschen Wettern sozusagen hier das Ganze davon enden. Das ist wirklich ein wunderbares Gesamtkunstwerk.